hey freunde der minecraft anarchie willkommen zurück auf sillyhune.com in dem vanilla anarchie server in der neuesten version und wir haben gerade nacht das ist natürlich suboptimal aber da kann man einfach den hier machen wir schauen heute wieder was man der ccc von der 36 c3 von dem youtube channel media ccc das video dauert eine stunde hat den titel 36 c3 wiki packer wg wiki packer wg grundlagen urheberrecht schwerpunkt cc lizenzen das ganze wurde 2020 hochgeladen und hat momentan 2000 aufrufe nämlich sagen starten wir mal durch freunde der lizenzen und heute wird wieder was übers recht gelernt es geht um das thema urheberrecht es hat ja dieses jahr doch recht viele leute bewegt mit der urheberrechtsreform der eu und john hält jetzt ein vortrag darüber zum thema grundlagen urheberrecht schwerpunkt creative kommen ich sag gar nicht viel mehr sondern wünsche euch viel spaß und jetzt habe ich gleich der coole sticker auf dem laptop alle in so in so waben so ich werde allerdings nicht über die urheberrechtsreform sprechen ich kann es auch nicht mehr hören ich will euch was erzählen zum thema urheberrecht an bildern vor allen dingen und dann wie man mit cc lizenzen umgehen muss ein bisschen auf die tube drücken weil ich nur 50 minuten habe plus fünf minuten das ist recht sportlich also ich habe zwei teile eben grundlagen des urheberrechts aus sicht von fotografierenden vor allem und cc lizenzen in der praxis hat jemand noch nie von cc lizenzen gehört wir reden hier heute über diese beiden oberen dinge nicht über persönlichkeitsrechte also nicht verwechseln wir reden hier nur über recht und so genannte verwandte schutzrechte also grundlagen des urheberrechts aus sicht fotografierender es geht um zwei dinge es geht um das urheberrecht am fotografierten motiv wenn es ein werk ist und am urheberrecht der fotografierenden person an ihrem eigenen foto der erste teil braucht das immer so lang ja also rechte an fotografierten objekten was darf ich einfach so fotografieren ab wann muss ich um individuelle erlaubnis fragen und dritter teil wen muss ich dann eigentlich unterscheidet sich das eigentlich von film ist foto und filmrecht dasselbe könnte man doch meinen oder also ich will jetzt hier mal nichts vermuten und ich bin natürlich nicht euer anwalt und ein anwalt bin ich sowieso nicht und eigentlich sagt man das andersrum und das ist not legal advice wisst bescheid aber ich würde persönlich mal raten dass film und fotografie recht ähnlich im gesetzbuch vertreten wird einfach weil ja keine ahnung ja gut beim film ist halt noch sound dabei aber wenn ich jetzt einfach nur was ohne ton film ein gebäude oder so und es ist ja wie jetzt würde ich mehrere fotos machen oder nicht oder schon so interessiert mich jetzt persönlich mehr weil ich mache ja nicht nie fotos mal was darf ich einfach so fotografieren ohne zu fragen denn nicht alles was man fotografieren kann ist irgendwie dem urheberrecht unterworfen zum beispiel das hier das ist ein dass das berühmte affenselfie das ist der der affe der sich selber fotografiert hat und der affe als motiv ist nicht schutzfähig das heißt wunderbar ich kann die tiere in der natur fotografieren und die tiere können mich nicht verklagen auf urheberrechtsverletzung natürlich darf ich auch die landschaft frei fotografieren oh mein gott ja nun nicht war valide schon hier mit seinem was als ich offline war wie lange waren das ich war eigentlich nur hä über die nacht weg und der alter hat er das mit beryton gemacht oder so mit irgendwas wo er sich wohl nicht gebordert hat da hochzuschauen weil meine flying machine steht ja noch also es wurde auf jeden fall nicht gegrieft aber aber geil der der overworld weg geht hier lang ja hammer da werde ich jetzt neben lang alles wegbomben das ist natürlich sehr praktisch dass dieser weg in obsidian gebaut ist wobei ich den wahrscheinlich eh nicht treffen werde ähm weil der so dünn ist und ich ein bisschen versetzt bin aber ist ja witzig leute ist ja super witzig so live gefixt ups ja aber hier fängt es schon an mit dem kleingedruckten wie man sieht ähm denn na du was macht er denn jetzt ist schwarz komisch ähm jetzt habe ich meine vorschau hier verloren aber ich hoffe wir kriegen das auch so hin genau ich darf die landschaft fotografieren es sei denn es sind werke achten drin oder erkennbare personen im bild und ich darf in deutschland zumindest derzeit noch fotos machen unabhängig davon wem das ganze gehört also wem die grundstücke gehören und wem die gegenstände darauf gehören das könnte sich aber bald ändern da komme ich nachher noch dazu gegenstände man darf jeden gegenstand fotografieren jetzt wird es langsam langsamer ähm alte und gemeinfreie werke darf ich auch fotografieren also die notre dame als eigenes kunstwerk darf ich fotografieren ich darf auch ein altes kunstwerk von der notre dame fotografieren so wie diesen kupferstich alles wunderbar aber alles was darüber hinaus geht da wird es dann schon schwierig denn vieles kann sehr schnell urheberrechtlich geschützt sein denn dafür braucht es nur drei dinge eine person muss etwas neues in eine wahrnehmbare form bringen und zack habe ich urheberrechtsschutz zum beispiel auch dieses schöne haus würde man ja denken von der stange ist doch kein werk ist doch kein kunstwerk trotzdem im zweifel urheberrechtlich geschützt der architekt die architektin hat ein ein urheberrecht an diesem haus an dem entwurf auch ein problem in letzter zeit mit logos und markenzeichen hat vor allem die digipedia immer wieder ein problem mit war früher urheberrechtlich völlig egal hat man sich gesagt nein sind gebrauchsgrafiken aber inzwischen hat die rechtsprechung sich da dinge ausgedacht die dazu führen dass man jetzt auch immer bei logos wie dem tempo logo mit urheberrecht rechnen muss das ist so eine kleine übersicht der werkarten die es gibt um den ganzen und raus aufzumachen das ist aber nicht abschließend es kann auch diverse andere werkarten geben an die keiner bisher gedacht hat auch die sind automatisch vom urheberrecht erfasst das urheberrechtsgesetz ist da sehr flexibel im sinne der urheber das ist auch gut so dann daneben gibt es noch die sogenannten leistungsschutzrechte die leistungsschutzrechte werden oft vergessen aber sind sehr sehr praxisrelevant und leistungsschutzrechte nennt man auch verwandte schutzrechte weil sie sehr ähnlich sind wie das urheberrecht aber formell ist es was anderes und die leistungsschutzrechte liegen bei vielen unternehmen vor allem die rund um urheberrechtsrelevante Produktion von kunst und medien hilfsdienstleistungen erbringen zum beispiel der tonträgerhersteller also das musiklabel bekommt ein eigenes leistungsschutzrecht an der musikaufnahme genauso der filmhersteller also die filmproduktionsfirma bekommt ein eigenes leistungsschutzrecht am film frage sind auch werkteile schutzfähig ja natürlich wir haben hier diesen dieses berühmte den berühmten faust des faustrecken bei der siegerehrung und natürlich wenn ich das ausschneide ist auch das wiederum als eigenes werk schutzfähig das heißt ich kann mich nicht dem urheberrecht entziehen indem ich ausschnitte mache in der regel zumindest nicht was bedeutet urheberrechtlicher schutz urheberrechtlicher schutz bedeutet alle rechte vorbehalten ganz einfach alles was man an rechten haben kann ist dem urheber vorbehalten der urheberin und sogar das was ich jetzt hier spreche diese rede die ich hier halte sofort urheberrechtlich geschützt wow warte mal wieso urheberrechtlich geschützt in der beschreibung steht hier aber creative commons lizenz mit quellenangabe wiederverwendung erlaubt oder Leute was ihr da mit der kamera macht ja also alles sehr einfach sehr urheberfreundlich ich sehe jetzt alle rechte darf ich das Video jetzt überhaupt nicht abspielen sehr sehr gut Jungs aber natürlich müssen Urheberinnen und Urheber auch die Allgemeinheit im Blick behalten wir alle laufen durch Städte jeden Tag und müssen uns mit lauter architektonischen Werken auseinandersetzen das heißt wenn ich als Urheber mein Werk in die Öffentlichkeit entlasse dann muss ich damit leben dass die Öffentlichkeit gewisse Dinge damit tun möchte und auch tun darf berechtigterweise und deswegen also zum Beispiel der öffentliche Straßenraum den nehme ich einfach wahr da lebe ich in Berlin in dem Fall und ich muss mich mit den Werken die dort an der Straße zu sehen sind auseinandersetzen können deswegen gibt es die sogenannten Schranken des Urheberrechts ich habe hier mal so eine besondere Schranke die eigentlich was ermöglicht abgebildet die heißen jetzt neuerdings gesetzliche Erlaubnisse um das Ganze ein bisschen unmissverständlicher zu machen was soll das heißen dass man dann mit dem Fahrrad durchfahren kann oder was was gibt es da so ganz wichtig kennenzulernen in der Mitte egal ich versuche es nicht zu erklären das Urheberrechtsgesetz soll dazu dienen dass ich mich mit den Werken anderer in meinen eigenen Werken auseinandersetzen kann und da steckt schon der Teufel im Detail ich muss mich wirklich damit auseinandersetzen ich kann also nicht in meinem Blog zum Beispiel ein Bild von jemand anders einfach dekorativ verwenden und sagen ich zitiere das ja Leute in welchen Richtung fahren wir noch da das ist eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem zitierten Etwas und das zitierte Etwas muss auch darf auch nicht größer sein als das was ich unbedingt brauche für meine Auseinandersetzung damit das wird häufig übersehen Beiwerk ist eine Regelung die sehr hilfreich ist wenn ich also jetzt hier den Kongress filmen würde filmen dürfte und würde jetzt bestimmte Kunstwerke wie viele von den Installationen hier werden ja als Werk durchaus schutzfähig sein wenn ich die so schwenkartig mitfilme weil ich hier den Kongress filmen möchte dann ist das in Ordnung weil das Beiwerk ist oder zumindest dachte man früher das ist ganz einfach und in Ordnung bis das bis der Bundesgerichtshof sich überlegt hat das noch strenger zu handhaben und auf die Idee kam Beiwerk ist nur noch das was eine so geringfügige inhaltliche Beziehung zum Hauptgegenstand hat dass es nicht erkennbar stil- oder stimmungsbildend ist so jetzt dürfen wir uns alle überlegen was damit wohl gemeint sein könnte man könnte jetzt sagen diese Kunstwerke die hier in der Halle stehen die sind durchaus stimmungsbildend weil die machen ja hier die optische Stimmung auch und sind damit kein Beiwerk mehr und dann dürfte ich schon nicht mehr so drüber filmen also diese Rechtsprechung ist sehr problematisch zum Beispiel hier ein Beispiel das ist das 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 wie heißt es Sandro, hilf mir mal wie heißt das Konzerthaus das Konzerthaus in Berlin warum ist jetzt Hallo Ihr habt ah das Berliner Konzerthaus als Werk natürlich schutzfähig gut ist es so alt dass der Urheber zu lange tot ist als dass es noch eine Rolle spielen würde aber hier diese Banner ähm sind Werke im Zweifel weil sie gestaltet sind weil sie künstlerisch gestaltet sind ist das jetzt Beiwerk ja oder nein sehr schwierige Frage weil natürlich macht das dieses Blau macht natürlich die Stimmung schon auch irgendwie und nach der neuen BGH Rechtsprechung müsste man sich jetzt schon fragen ist das noch Beiwerk darf ich das noch mit fotografieren ja oder nein dann wichtige Schranke wichtige Erlaubnis für uns alle ist die Berichterstattung über Tagesereignisse die ist allerdings auch nur denjenigen erlaubt die eine Berichterstattung machen also es sind im Zweifel Medien aber natürlich auch Online Medien Blogs und so weiter und das Problem hier dran ist es muss immer noch aktuell sein wenn ich also Dinge aus dem aktuellen Tagesgeschehen abfotografiere ist das nach dieser Schranke in der Regel in Ordnung aber nach zwei Wochen oder zwei Monaten ist es dann nicht mehr aktuell und dann darf ich es auch nicht mehr im Netz stehen haben also gerade das Internet hat das Ganze problematisiert weil Dinge einfach auch Presseberichte von vor Jahren immer noch online stehen aber da eigentlich zumindest nach dieser Regel nicht mehr online stehen dürfen oder zumindest die Bilder nicht mehr online stehen dürfen Fuck! Genau Berichterstattungsfreiheit ist eben zeitlich begrenzt und dann gibt es noch die Panoramafreiheit eins meiner Leasingsthemen weil ich ja bei Wikimedia arbeite auch genannt Straßenweltfreiheit zeigt mir die falsche Richtung Ich habe extra dieses Bild gleich komplett nochmal genommen weil man sieht in Deutschland darf ich nur vom Straßenniveau aus Bilder von Gebäuden machen die Panoramafreiheit erlaubt mir alle öffentlich sichtbaren Werke wozu Gebäude gehören aber auch Kunstwerke auf Plätzen und so weiter Statuen, Plastiken und so weiter die darf ich vom Straßenraum aus fotografieren aber auch nur vom öffentlichen Straßenraum aus das heißt nicht vom Privatgrund und auch nur vom Straßenniveau aus nicht mit einer Leiter nicht mit einem langen Selfie-Stick oder sonst was sondern nur was man so als Mensch normalerweise mit der Kamera noch so an Höhe hinbekommt daher das 100-Wasserhaus von unten fotografiert da gibt es einen einen Unterschied zur Rechtslage in Österreich in Österreich darf ich auch aus dem ersten Stock zum Beispiel Bilder machen und bin von der Panoramafreiheit gedeckt in Deutschland leider nicht Ja, hier noch eine Quizfrage sozusagen das Landgericht Berlin der Innenraum ist das wohl von der Panoramafreiheit gedeckt? Nein ebenfalls nicht weil es ein Innenraum ist denn in Deutschland darf man nur die Außenansichten von Dingen nach dieser Regelung fotografieren und das dann nutzen später und noch eine Frage war jemand schon am Leben als der Reichstag verhüllt wurde ja oh ja genau ja Panoramafreiheit ja oder nein nein in dem Fall darum ist das Bild hier auch nicht abgebildet weil tatsächlich das ganze permanent an den öffentlichen Plätzen installiert sein muss was ich da fotografiere und der verhüllte Reichstag war nur für zwei Wochen installiert das gilt nicht als permanent im Sinne dieser Regelung darum keine Panoramafreiheit also deswegen ist der verhüllte Reichstag auch in der Wikipedia nicht zu sehen sondern ist nur verlinkt also Wikipedia sind die immer total rechtskonform und gewissenhaft und an der Stelle wunderbar nur verlinkt also ich zeig jetzt hier mal aus ne also aus ich zitiere das jetzt nein das ist auch kein Zitat aber also das wäre jetzt so halblegal was ich hier mache ich wollte es natürlich als Anschauungsobjekt euch trotzdem noch mal zeigen aber das darf ich normalerweise nicht sowas darf ich nicht temporäre Kunstwerke darf ich es nicht einfach fotografieren so wie ist es mit dem AIDA Kussmund der AIDA Kussmund der an dem Schiff angemalt ist war jetzt großer Streitfall ist das ein öffentliches Werk also ist das ein Werk was permanent an öffentlichen Plätzen installiert ist Problem ist natürlich es bewegt sich das Schiff fährt aber da haben die Gerichte gesagt ja das ist permanent öffentlich es bewegt sich zwar aber das ist die ganze Zeit in der Öffentlichkeit darum ist es in Ordnung das gleiche gilt für Werbung auf Bussen also künstlerisch gestaltete Werbung auf großen Bussen oder so solche Dinge darf man fotografieren auch wenn es sich bewegt weil es ist in der Öffentlichkeit sozusagen permanent sichtbar ja und nicht vergessen das wird immer vergessen bei der Panoramafreiheit selbst wenn ich das nutzen darf nach der Panoramafreiheit muss ich trotzdem noch Architekten oder Künstler angeben wenn ich es nutze und das macht fast niemand das ist ein bisschen schade weil das steht im Gesetz müsste man eigentlich machen dann hält sich niemand dran aber ich will es zumindest nochmal genannt haben dann gibt es noch die amtlichen Werke das sind Werke die aus Behörden kommen die sind grundsätzlich urheberrechtsfrei aber auch da muss ich die Quelle angeben wenn ich das benutze und ich darf es nicht verändern und das ist das große Problem für Open Content also wenn ihr wenn ihr mal mit der Open Knowledge Foundation redet über das Thema amtliche Werke dann kriegen die so rote Ausrufungszeichen in den Augen weil ich darf zwar die Dinge nutzen aber ich muss sie komplett so lassen wie sie sind ich darf keinen Teil aus einer öffentlichen Broschüre rausnehmen und auf Wikipedia setzen oder so es muss immer das komplette Werk sein und das ist natürlich blöd Open Content, Open Data funktioniert so einfach nicht und wir bemühen uns deswegen seitens Wikimedia Deutschland dass das gesetzlich geändert wird mal gucken ob das klappt ja das waren die Schranken und jetzt also das sind die gesetzlichen Erlaubnisse jetzt gibt es aber manchmal keine gesetzliche Erlaubnis die mir hilft dann muss ich wohl individuelle Erlaubnis einholen also von denjenigen die die Rechte haben an den Dingen aber wann muss ich das denn machen ich muss das vor allen Dingen machen wenn es irgendwie öffentlich wird also wenn das was ich mache eine Öffentlichkeit erreicht so und die Art wie das die Öffentlichkeit erreicht ist völlig egal gedruckt, online, gesprochen, aufgeführt, alles wurscht die Frage ist, ist es öffentlich oder nicht und da gibt es eine Definition öffentlich ist alles wo nicht mehr alle dieses Empfangen oder dieses Sehen mit mir persönlich verbunden sind also wir alle sind jetzt hier eine Öffentlichkeit weil ich kenne euch nicht alle wenn ihr jetzt alle meine ja ehemaligen Schulbuddies seid dann wäre das anders dann wären wir keine Öffentlichkeit dann würden wir uns alle kennen ist aber nicht so darum sind wir hier eine öffentliche Vorführung hier nochmal verdeutlicht es kommt nicht auf die Anzahl an wie viele Leute das sehen also eine große Zahl von Leuten kann durchaus nicht öffentliche Veranstaltungen sein wenn sich alle kennen aber auch eine kleine Anzahl von Leuten kann zu einer Öffentlichkeit werden wenn eine Person dabei ist die den Vorführenden oder die Vorführende nicht kennt nicht persönlich kennt das ist ein bisschen absurd aber so hat die Rechtsprechung das entschieden das heißt wenn ihr eine kleine Party feiert und Musik spielen wollt und im nicht öffentlichen Bereich bleiben wollt dann sorgt dafür dass keiner irgendwen mitbringt den ihr nicht kennt genau im Internet ist ganz klar Dinge die ohne Zugangsbeschränkungen eingestellt werden ins Netz sind ganz klar eine öffentliche Diergabe also da bin ich auf jeden Fall urheberrechtlich relevant unterwegs und muss im Zweifel eine Erlaubnis einholen außer ich mache Embedding der EuGH der Europäische Gerichtshof hat vor ein paar Jahren entschieden wenn ich Embedding mache wo mein Browser also einen Inhalt von einem anderen Server nachlädt also nicht von meinem Server die Kopie geladen wird sondern von einem dritten Server und das eingebettet wird das sei keine öffentliche Widergabe weil da ja keine neue Öffentlichkeit geschaffen wird sehr umstrittene Rechtsprechung aber hilft manchmal wenn man im Netz was machen will wenn es eine Einbettungsmöglichkeit gibt ist man urheberrechtlich meistens besser dran als ohne ja und wer haftet wenn etwas schief läuft im Grunde alle die irgendwie beteiligt sind also haftungsmäßig ist das Urheberrecht sehr sehr umfassend und immer alles zugunsten des Urhebers der Urheber kann sich an den Nutzer an den Serverbetreiber an den Internet Service Provider eigentlich an alle halten die irgendwie teilgenommen haben aber im Zweifel beißen den Letzten die Hunde sprich derjenige der es online gestellt hat ist der der am nächsten zu greifen ist in der Regel und der oder die ist dann sozusagen haftbar und kann nicht sagen ja aber die anderen haben auch mitgemacht da kann der Urheber sagen ja ist mir egal die anderen das mache ich später aber ich will jetzt erstmal von dir einen Schadensersatz haben genau und wer ist denn jetzt eigentlich der Urheber wen muss ich denn jetzt fragen wenn ich das nutzen will Urheber ist immer ein Mensch Urheberinnen und Urheber können nur Menschen sein Unternehmen, Firmen können keine Urheberinnen und Urheber sein die können aber Leistungsschutzrechte haben also das was ich vorhin gesagt habe mit den Tonträgerherstellern den Musiklabels den Filmproduzenten die können nur Leistungsschutzrechte haben Urheberrecht haben immer nur Menschen so also es muss ein Mensch sein und das muss diejenige Person sein die das Ganze gemacht hat es ist aber manchmal der Fall dass ja also hier sind ein paar Beispiele für Urheber und Urheberinnen also Komponisten sind Urheber Bildhauer Choreografen sind auch Urheber also die Choreografie ist das Werk an der Stelle aber das sind nur Beispiele es gibt natürlich noch viele viele mehr Arten von Urhebern und der Schutz entsteht automatisch nochmal als Erinnerung ich muss mich nirgendwo registrieren ich muss kein Copyright irgendwas an die Seite schreiben und das Ganze endet erst 70 Jahre nachdem die Person verstorben ist die das Urheberrecht hatte beziehungsweise bei mehreren wenn mehrere gemeinsam das Urheberrecht hatten dann wenn die letzte Person gestorben ist von da ab 70 Jahre oh don't this creeper guy wie ist das? aber der ist nicht mehr erwischt oder? ja wenn das abgelaufen ist ist das Werk gemeinfrei sagt man also kann da frei genutzt werden ohne Erlaubnis das ist eben sehr ähnlich bei verwandten Schutzrechten und Urheberrechten insofern sollte man die immer zusammen betrachten was zum Beispiel häufig vergessen wird sind Musikaufnahmen von klassischer Musik die sind zwar da ist das Werk selber von Mozart oder von Bach ist schon lange gemeinfrei und freinutzbar aber die Aufnahme ist in der Regel immer noch geschützt weil sie nicht älter ist also wenn sie älter ist als 50 Jahre kann es sein, dass sie auch frei ist aber wenn es eine neuere Aufnahme ist dann hat das Orchester beziehungsweise die Musiker die das gespielt haben haben Leistungsschutzrechte und da muss man immer drauf achten wenn man denkt ah alte Musik kann ich ja verwenden nein man muss immer gucken ob noch Leistungsschutzrechte bestehen ja problematisch wird es ein bisschen bei Miturheberschaft weil man muss sich erstmal überlegen wer ist denn alles Miturheber und Miturheberin es reicht zum Beispiel nicht wenn ich eine Idee hatte für ein Werk und es hat sich jemand vorgeschlagen und der hat es dann umgesetzt der hat daraus was gemacht eine wahrnehmbare Form gemacht dann bin ich noch nicht Miturheber nur weil ich die Idee hatte ich muss uns tatsächlich einen Beitrag zu dem Werk geleistet haben und das ganze aber ich finde es geil der schützt mich kann mich nicht beschweren ich glaube wenn die mich hier angreifen würden würden die mich runterschieben ich war schon ein bisschen offen und habe selber versucht hier mich richtig hinzuschieben und das ging ja absolut schief ich sitze jetzt sowas von auf der Kante aber es funktioniert noch aber ich denke wenn wenn diese Phantoms hier mich genug unsnacken oh mein Gott was brennt denn da hinten Jesus wenn die mich hier genug anklatschen dann glaube ich fliege ich hier runter mitsamt Minecart und dann ist die die TNT-Dooping-Maschinen kaputt ist dann noch eine funktionierende Flying-Maschine aber die düpt halt dann nix mehr so weit ich das verstehe ach das sind Hakenkreuze ah ja rip youtube ähm genau ja aber mit diesem Protektor hier an meiner Seite sollte alles gut funktionieren ich bin mal gespannt was sich im Spawn so geändert hat ich war da ja jetzt eine Weile nicht mehr und ähm ja wir sind gleich im Spawn aber weiter gehts mit dem Video in der Regel zwei Werke bei 21 Minuten und 55 Sekunden sind wir gehalten dass man nicht mehr auseinanderhalten kann wer jetzt welchen Anteil hatte dann hat man eine Miturheberschaft ähm da gab es einen Streitfall zur Sendung mit der Maus da hatte jemand die Maus gezeichnet und jemand anders hatte die Maus noch ein bisschen angepasst für die Animation im Fernsehen und da war gestritten worden ob das eine Miturheberschaft ist und dann hat das Gericht entschieden nein wenn man dann nur die Beine ein bisschen gerader macht und äh und noch die Nase in dem Profil ein bisschen verändert das reicht noch nicht für Miturheberschaft äh deswegen war das ähm halt nur ein Urhebergericht der Maus ähm nämlich der Streit anders ist es bei Filmen bei Filmen ist ganz typischerweise immer Miturheberschaft weil fast niemand Ah so viel zu meiner Vermutung dass Fotos und Filme gleich sind die ganz alleine drehen ähm ich hab jetzt hier mal das Boot genommen als Klassiker weil man da nämlich weil dann alle ach so okay da sind halt nur mehrere Leute investiert als äh die wir an einem Boot sitzen haben als Urheber ähm und das sind also tatsächlich die Regie äh von Regie über Drehbuch äh Kameramann Kamerafrau äh diejenigen die die Beleuchtung entworfen haben das Lichtdesign auch Miturheber uh okay jetzt kommen wir hier schon in ein zerstörtes Ball näher Miturheberschaft haben und erst wenn der letzte von diesen Menschen gestorben ist äh dann beginnt das Urheberrecht erst abzulaufen uh das sieht hier majestätisch aus hier ähm das ist die Folge davon die Folge ist dass alle nur zusammen entscheiden können wenn alle wenn die Miturheber an einem Werk was machen wollen die wollen es verwerten oder jemandem was erlauben oder sonst was das können die nur einstimmig äh gemeinsam machen das ist die sogenannte Gesamthand Gemeinschaft ähm das ist ein Problem und im Filmbereich gerade weil es immer so viele Menschen sind die da mitgewirkt haben gibt es eine Sonderregel die dem Filmproduzenten ähm dieses Recht sozusagen kanalisiert dass der entscheiden darf aber es ist nur im Filmbereich so alle anderen Miturhebergemeinschaften müssen nicht mehr gemeinsam entscheiden ja und dann gibt es noch das was ich vorhin angedeutet hatte das ist jetzt eine Sonderfrage das hat mit dem Urheberrecht nur noch so am Rand zu tun aber ich will es nennen äh den äh ähm da ging es darum da hat jemand Bilder vom Schloss Horses hier gemacht in Konzdam und äh dann hat die Stiftung der dieses Schloss gehört also der das Land gehört und das Schloss gehört ähm ähm Rechte daran gemacht und ihnen die Verbreitung dieser Bilder untersagt und dann hat das der Bundesgerichtshof der Bundesgerichtshof der eine Senat des Bundesgerichtshofs hat gesagt ja das können die machen weil sie Eigentümer der Sache sind also es sind wieder Urheber das ist der Urheber äh äh der Architekt des Schlosses Sons und sie ist lange lange tot ähm und sie haben auch nichts mit dem Bild zu tun sie haben das Bild ja selbst nicht angefertigt das hat der Fotograf gemacht gehabt äh aber sie sind Eigentümer äh äh des Schlosses und dann hat das Gericht gesagt ja aus dieser Eigentümerrolle heraus können sie Unterlassung verlangen und äh das ist das was ich vorhin nannte auf der dritten Folie ähm wem die Dinge gehören im Bild ist eigentlich noch relativ egal bis auf diesen Sonsensiv Fall da hat das Gericht das eben so entschieden und ich hoffe sehr dass es so bleibt denn wenn jeder Gegenstand also wenn ich jeden Gegenstand nur mit Erlaubnis äh des Eigentümers der Eigentümerin fotografieren dürfte dann könnte man quasi nirgendwo mehr Fotos machen ähm 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 ohne mit einem Bein in der Rechtsverletzung zu stehen deswegen also die Hoffnung dass dieser Sonsensiv Fall ein Ausreißer war ein eine Art äh Freak Fall oder wie auch immer und dass es dazu dann gibt dass das nicht die Zukunft ist äh das will ich euch nur mal äh genannt haben ich hoffe wie gesagt es bleibt äh dabei das Eigentum an der Sache oh man der Klassiker Leute äh 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 oh mein Gott Leute aber wir sind bis zum Spawn gekommen eigentlich ähm was will man mehr was will man mehr ähm ich bin ich bin recht zufrieden ich wollte eigentlich grad nur ein Screenshot machen und ich mache ein Screenshot mit Shift und ja ne das hätte ich vorher nachdenken sollen ähm ähm ja ich habe natürlich auch andere Screenshot äh Hotkeys aber no brain an der Stelle ähm sah so schön aus da das musste ich einfach ähm ähm mal aufnehmen aber ich glaube der Screenshot ist gar nicht durchgegangen ähm ähm dann geht es weiter. ... oder nutzungsrechtlich egal ist. Genau. Ja, wie sieht es bei meinen eigenen Fotos aus? Eigentlich das Ganze nur spiegelverkehrt, weil dann bin ich ja der Urheber, wenn ich ein Foto mache. Wann sitze ich miteinander in einem Boot? Also meine eigene Rechtsposition ist, ich habe zumindest immer ein sogenanntes Lichtbildnerrecht. Das ist das Leistungsschutzrecht an Fotos. Wenn es ein künstlerisch wertvolles Foto ist oder ein Kunstwerk, ein Lichtbildwerk, dann habe ich auch ein richtiges Urheberrecht. Aber ich habe mindestens immer dieses Lichtbildnerrecht. Auch wenn ich jetzt hier mit meinem Handy einmal Sandro knippe, nein, mache ich jetzt nicht, dann hätte ich jetzt auch ein Lichtbildnerrecht an diesem Foto. Das ist schon mal gut. Also, alle Rechte vorbehalten, toll. Ich kann mich freuen. Das war übrigens auch nicht zulässig, das zeigen da gerade. Egal. Was kann ich machen als Urheber? Kann ich anderen was einzeln lizenzieren? Ich kann also dir das erlauben zu nutzen und dir und dir. Aber ich kann es auch über Standardlizenzen, die CC, was da gleich noch kommt, allen Menschen erlauben. Das ist der Witz bei Standardlizenzen. Ich kann das viel selbst veröffentlichen, ich kann es bearbeiten, ich kann es kaputt machen, löschen, wie auch immer. Und ich kann auch einfach das alles bleiben lassen. Ich bin also in einer sehr, sehr guten Position. Wenn Dritte meine Rechte verletzen, dann bin ich auch in einer super Position. Dann kann ich sie nämlich abmahnen, ich kann sie verklagen. Da habe ich nochmal die Wahl zwischen Unterlassung, also nur bleiben lassen oder nur bleiben lassen, also bleiben lassen und Schadensersatz kann ich mir aussuchen. Ich kann sie sogar anzeigen bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, weil jede Urheberrechtsverletzung auch eine Straftat ist, zumindest potenziell. In der Praxis hat es allerdings keine Relevanz, weil sowas wird nicht verfolgt, es sei denn, es ist bandenmäßige Piraterie oder sowas, wo in großen Spielen, früher war das halt DVDs oder so kopiert wurden, das wird verfolgt, andere Dinge werden in der Praxis nicht verfolgt. Oder ich kann auch das alles einfach sein lassen und die Leute gewähren lassen, das ist auch alles meine Entscheidung. Und ich habe außerdem das Veröffentlichungsrecht, also nur ich darf die Erstveröffentlichung, die Erstveröffentlichung gemerkt, wenn es einmal veröffentlicht ist, dann ist es veröffentlicht, das geht nicht wieder zurück. Aber ich habe das Erstveröffentlichungsrecht und ich habe auch das Recht, anerkannt zu werden als Urheber. Ich habe sogar das Recht, bewusst nicht genannt zu werden als Urheber. Das ist das negative Namensnennungsrecht. Also ich habe auch da alle Möglichkeiten und ich habe auch den Schutz vor Entstellung auf meiner Seite. Ich kann auch so sagen, wenn jemand mein Werk bearbeitet, kann ich sagen, das finde ich, das ist entstellend, das musst du sein lassen und habe dazu einen extra Paragrafen, der mich davor schützt. Also Verfälschung, Verstümmelung, Verzerrung, das ist ein heikles Thema, ab wann ist das Entstellung? In Japan gilt jede Bearbeitung sofort als Entstellung. In Deutschland ist es differenziert, da kann man nicht alles verhindern, aber vieles. Ja, und sowieso Änderungsverbot und Einräumung von Nutzungsrechten, also das ist alles, was ich als Urheber zivilrechtlich machen kann, das ist wunderbar. Verwertung, ich kann das komplett verwerten, mein Werk. Ich kann also alle Verwertungsrechte, die man so kennt, Vortrag, Internet, also online stellen, kann ich verkaufen. Ich kann das Senderecht verkaufen. Ich kann Tonträger, Bildträger davon herstellen lassen, alles mir vorbehalten. Und also grundsätzlich kann man sagen, meine Rechtsposition ist ausgezeichnet als Urheber. Und wann sitze ich mit anderen in einem Boot? Das hatten wir eben schon mit dem Boot. Immer dann, wenn die anderen an meinem Foto, ich rede ja jetzt hier die meiste Zeit von Dünern, inhaltlich so mitgewirkt haben, dass das Ganze in nicht mehr trennbarer Weise da reingeflossen ist. Bei Fotos ist das ein bisschen schwierig zu konstruieren, aber man kann sich vorstellen, wenn jemand passantierte Fotos, also bestellte Fotos macht mit viel Lichtkonstruktion und solchen Dingen, dann entsteht auch Miturheberschaft bei Fotos. Ja, und das Gleiche ist, wenn ich Bilder von Werken anderer mache, weil ich ja dann ein abgeleitetes Werk mache von diesem Fremdenwerk, auch dann sind wir in einem Boot, dann zwar nicht als Miturheber, sondern als Urheber des Originals und ich als Bearbeiterurheber sozusagen, aber auch das ist dieselbe Konstellation, auch dann müssen wir gemeinsam entscheiden. Und dazu später mehr, war heute Mittag schon, also das kommt jetzt nicht mehr, das mit den Personen hat mit dem Urheberrecht jetzt nicht viel zu tun, sondern meint, wenn ich Personen fotografiere, sitze ich natürlich mit denen in einem Boot, weil ich ihre Einwilligung manchmal brauche, ob ich sie fotografieren darf oder nicht. Aber insofern ist das hier überflüssig. Ja, was gibt es sonst noch zu beachten? Wir kommen gleich noch drauf. Wikimedia Commons ist ein großes Medienarchiv, aus dem sich die Bilder in der Wikipedia speisen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und es gibt Menschen, die stellen dort bewusst Bilder ein, Fotografinnen und Fotografen, und warten drauf, dass jemand sie nutzt und dabei irgendwelche Fehler macht. Und um sie dann abzumahnen und um dadurch Geld zu verdienen. Das ist leider nach wie vor ein, ein nicht sehr, also nicht jetzt, sind jetzt nicht Hunderte, aber es gibt immer wieder Fälle, wo dieses Geschäftsmodell genutzt wird. Ist leider sehr, sehr misslich. Es gibt dazu noch keine Lösung, aber es wird viel diskutiert. Das ist noch aus der alten Runde. Jetzt kommen wir zu Teil 2, CC-Lizenzen als Werkzeug. Ich habe eben schon gesagt, CC-Lizenzen sind Erlaubnisse für ganz viele Leute zugleich, also für die Allgemeinheit, nicht für einzelne Personen, nicht nur in Wikimedia-Projekten. Dazu will ich kurz erklären, was Open Content eigentlich ist. Das wisst ihr wahrscheinlich, aber ich will es nochmal wiederholen. Dann was Creative Commons ist, was die Module sind, wie das eingesetzt wird und was es sonst noch für Tools gibt. Open Content ist ein, da gibt es eine Definition zu, die stammt von Ende der 90er, wie man sieht. Das meint, Material ist open in diesem Sinne, wenn es ohne weitere Nachfragen genutzt, studiert, vervielfältigt, verbreitet und bearbeitet werden darf. Und zwar practically and without any risk. So nennt das Freedom Defined. Das mag jetzt ein bisschen seltsam anmuten, das stammt aus dem Bereich der freien Software natürlich. Und damals ging es, also gerade dieser Punkt 2, dass man etwas studieren darf, ist eigentlich ein bisschen überflüssig, weil ich darf ohnehin Bilder angucken, so viel ich will. Das ist keine Nutzung. Aber Richard Stormann hat es damals mit aufgenommen, weil man Code eben nicht in jedem Falle studieren durfte, im Sinne von, ich darf den Code in Reinform, also in nicht kompilierter Form, abrufen, darf ihn lesen. Das war damals nicht selbstverständlich, aber es begann, dass die Firmen angefangen haben, den Code bei sich zu behalten und nicht rauszugeben. Und deswegen steht dieses Nummer 2 da noch drin. Aber er ist eigentlich sowieso erlaubt. So, das ist alles wunderbar. Genutzt, studiert, vervielfältigt und verbreitet und bearbeitet werden darf. Dann ist es Open Content. Und das ist halt besonders tricky, practically without any risk. Das heißt, ich als Laie, da liegt der Hase im Pfeffer sozusagen, ich als Laie, auch wenn ich keine Jura-Ausbildung habe, muss in der Lage sein, das zu nutzen. Und genau da entsteht das Problem. Zum Beispiel die Frage zeitlich-räumliche Beschränkungen. Es ist typisch so, dass Filme für ein bestimmtes Land freigegeben werden. Also zum Beispiel die Lizenz für, die Sendelizenz von Breaking Bad in Deutschland ist eine separate Lizenz zur Sendelizenz in Frankreich. Das sind alles Dinge, mit denen sich Urheberrechte auseinandersetzen, wo Firmen dann auch viel handeln und so weiter. Das ist alles wunderbar. Nur normale Menschen, die keine Juristinnen und Juristen sind, können mit solchen Regelungen kaum was anfangen. Das überfordert die typischerweise. Auch zeitliche Begrenzungen, wenn ich mir ausrechnen muss, wie lange ich etwas nutzen darf, das ist für viele schon einfach nicht mehr nutzbar dann in der Praxis. Und deswegen dieses practically without any risk ist der eigentliche Kern, der aus dem Ganzen so eine besondere Materie macht. Es geht also nicht um lange Lizenzverträge mit viel Kleingedrucktem. Da kann niemand was anfangen. Open Content muss Open sein, in dem Sinne, dass jeder auch ohne Jurastudium das Ganze wirklich nutzen kann. Genau, hier ist nochmal von Open Knowledge Foundation die Open Definition, die ist auch so ähnlich. Da sieht man auch wieder diese Bestandteile zugreifen, nutzen, verändern und teilen. Das ist eine ähnliche Definition, allerdings nicht die originale. Wie gesagt, die ist von 98, die von O'Reilly. Ja, was gibt es alles an Open Content? Ich habe nochmal dieses Bild gefunden und fand das so nett. Also Open Knowledge, Open Education, Open Health, Open Access, nicht alles davon ist wirklich Open Content in dem Sinne. Jetzt kriege ich 15. Aber ich finde das ganz schön. Also dieser Open Cosmos hat sich ziemlich aufgespannt. Ja, warum ist das so wichtig? Hier ist ein Beispiel, wenn man einen Text in einem Blog übersetzt, von dort jemanden, jemand das nehmen will, vertont, dann über Social Media teilt und dann wieder einen Remix macht. Wenn man das alles verhandeln wollte, was man da an Rechten braucht, dann bräuchte man mindestens vier Juristinnen und Juristen oder am besten gleich einen ganzen Stab, um die Verträge auszuhandeln. Und damit das aber geht, auch ohne diesen Unterbau an Logistik, dafür gibt es Open Content. Also deswegen habe ich dieses, es ist ein reinkonstruiertes Beispiel, aber Open Content soll genau das ermöglichen. Und eine Kette von Lizenzierung, wie man das im klassischen Lizenzbusiness hat, ist für Menschen unserer, also Menschen, die das nicht beruflich machen, einfach nicht zu leisten. Deswegen ist alles, also ohne Open Content gäbe es ganz viel, ganz viel Kreativität im Netz, ganz schlicht einfach nicht. Zum Beispiel die Wikipedia ist ohne das Open Content Paradigma und ohne diese Regelungen, die das Ganze ermöglichen, auch nicht denkbar. Also wenn ihr euch, jedes Mal, wenn ihr in die Wikipedia guckt, könnt ihr euch ja daran erinnern, dass das alles dank, dank dem Open Content Paradigma überhaupt nur existiert. Ja, und wie mache ich jetzt Open Content? Also was für Werkzeuge gibt es da? Das sind eben CC-Lizenzen, das ist eins der Werkzeuge, aber es gibt noch diverse andere. Das Grundprinzip ist so, ich erlaube ohne individuelle Verhandlungen jeder Mann und jede Frau zeitlich und räumlich unbegrenzt unter bestimmten Bedingungen, das ist manchmal unterschiedlich, die meisten oder alle Nutzungen vorab. So funktioniert Open Content. Ich mache also einen Stempel drauf, der sagt, jeder darf das hier zeitlich und räumlich unbegrenzt für alle möglichen Sachen nutzen, unter der Bedingung, zum Beispiel Namensnennung, oder, äh, also ein paar kleine Bedingungen darf man sich erlauben, aber das meiste muss einfach erlaubt sein. Was passiert dann? Ich komme von diesem Alle-Rechte-Vorbehalten, was der Normalfall ist, komme ich zu einem Manche-Rechte-Vorbehalten, zum Beispiel die Namensnennung ist vorbehalten. Das ist das, was Open Content-Lizenzen machen, was diese Werkzeuge machen. Und, ähm, ja, das ist eigentlich ganz banal, aber, äh, um das mal als Prinzip zu erklären, dachte ich, hilft das an der Stelle. Hier gibt es verschiedene Beispiele, es gibt also nicht nur Creative Commons, es gibt auch noch spezielle Datenlizenzen, es gibt die Datenlizenz Deutschland, das hat die Bundesregierung sich ausgedacht, das ist nicht so richtig, äh, erfolgreich, aber gut, alles dasselbe Prinzip. Ja, was ist jetzt Creative Commons? Creative Commons ist erstmal der Name der Organisation, die das Ganze sich ausgedacht hat, ähm, ist aber außerdem, ist kein alternatives Urheberrecht, wird manchmal fälschlicherweise so bezeichnet, oder eine alternative zum Urheberrecht, auch Blödsinn. Das Ganze funktioniert nur auf Basis des Urheberrechts. Es ist auch keine Erklärung, äh, nach dem Motto, macht doch, was ihr wollt, auch das nicht, sondern es sind, äh, differenzierte Lizenzverträge, die aber standardisiert sind, damit wir alle sie einsetzen können, äh, und, und wissen, woran wir sind, und nicht jedes Mal das Kleingedruckte alles lesen müssen. Das sind diese sechs verschiedenen CC-Lizenzen, die es gibt. Äh, ich nenne die hier der Vollständigkeit halber, obwohl nur zwei dieser Lizenzen, nämlich diese beiden oberen, als Open-Content-Lizenzen anerkannt sind. Äh, die anderen sind auch ganz teuer, die kann man auch hin und wieder mal verwenden, aber wenn man Open-Content herstellen will, dann gehen nur diese beiden. Alle anderen sind zu restriktiv. Ähm, was sind die Module der CC-Lizenzen? Das Wichtigste, was in jeder Lizenz drin ist, ist das Namensnennungsmodul, also der Name, der Urheberinnen und Urheber muss genannt werden. Das ist Grundbedingung bei CC, und das ist, ähm, sozusagen die Währung, mit der man, äh, in diesen CC-Kontexten, ähm, ähm, also, wo der Ruhm dranhängt. Der Ruhm hängt da nicht so sehr am Geld, sondern er hängt eben an der Nennung. Und, äh, darum ist das in allen CC-Lizenzen drin. Ähm, ich muss also den Namen nennen, ich muss die Lizenzbezeichnung nennen, damit sich das weiter fortsetzen kann, äh, damit also auch der Nächste, der es nutzt, dann wieder weiß, welche Bedingungen gelten. Ich muss den Titel nennen, sofern es einen gibt. Ich muss eine URL, äh, dazugeben und noch, sofern praktikabel, auch die Quelle des Werkes angeben, einfach damit die Menschen die Ursprungsquelle finden können, die das auf meiner Website zum Beispiel sehen. Äh, wie muss das passieren? Immer in einer dem Medium angemessenen Art und Weise. Das kann also bei einem Film im Abspann sein, das kann bei einer CD-Pressung auf der CD sein oder im Booklet, das kann in einem, in einem Buch, äh, in einem, äh, Bildnachweis verzeichnet sein. Also das ist alles, äh, flexibel. Hauptsache, man findet es leicht. Äh, die zweite Bedingung, die auch für Open Content noch zulässig ist, sozusagen, ist Share-A-Like. Share-A-Like, auch Copy-Left genannt, so, ich muss es kurz mal hier ausmachen, weil ich, ich würde den Talk echt gerne hören und, ähm, das überfordert mich gerade hier, äh, dazu zu hören. Aber, es überfordert mich anders. Okay, ähm, ne, Bookban weiß Bescheid. Ne, Bookban gibt es hier nicht. Okay, ähm. Okay. Gut, dass wir hier zwei E-Chests haben. Gut, dass wir hier zwei E-Chests haben. Gut, ich sehe den Dude nicht. Gut, ich sehe den Dude nicht. Ah, ja, hier. Sieht auch gut aus. Okay. 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 Wo sind wir denn? Okay, hier nicht. Wer noch da. Alles klar. So, So, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 Für diese ganzen optionalen Module, jenseits der Namensnennung, gilt immer, man sollte nur solche Bedingungen auswählen. Man kann sich das ja aussuchen, als derjenige, der das ins Netz stellt und den Lizenz aussucht, hat man ja die Wahl. Man sollte immer nur Bedingungen setzen, die man irgendwie auch zumindest im Extremfall bereit ist durchzusetzen. Denn wenn man das nicht bereit ist, dann ist es eine reine symbolische Bedingung. Und dann schreckt sie im Zweifel nur die rechtschaffenden Menschen ab und die bösen Leute machen es sowieso. Also immer daran denken, Bedingungen nur setzen, die man auch zumindest im Extremfall durchsetzen möchte. Ja, und wie wird es jetzt genau eingesetzt? Habe ich noch eine Uhrzeit? Noch fünf Minuten? Wie färbe ich noch? Sieben? Ah, sehr gut. Also, es gibt bei den CC-Lizenzen eine Besonderheit, es gibt verschiedene Versionen oder Darstellungsweisen dieser Lizenzen. Es gibt eine menschenlesbare, eine juristenlesbare und eine maschinenlesbare. Es ist hier mal gezeigt, der Juristentext ist mehrere Seiten lang, es ist kleingedrucktes, wie man das kennt. Aber es ist eben ein Standard, den man einmal gelesen haben muss und dann kennt man das. Es ist also nicht für jedes Werk ein neues kleingedrucktes. Dann gibt es diese menschenlesbare Variante, die das Ganze nochmal zusammenfasst. Und dann gibt es noch für Suchmaschinen vor allen Dingen diese RDF-Fassung von den Lizenzen, RDF-A. Und ja, die soll also dazu führen, dass man bei Suchmaschinen nach Rechten filtern kann, also nach Open-Content-Erlaubnissen sozusagen filtern kann. Wie funktioniert das Lizenzieren? Ganz einfach, es gibt diese Texte im Netz, also diese, die ich gerade gezeigt habe, diese Lizenztexte. Ich als Urheber veröffentliche ein Werk mit dem Hinweis, das soll unter dieser Lizenz stehen. Jemand findet das und nutzt es und fertig ist der Lizenzvertrag. Also wir haben uns nicht unterhalten, wir haben keine E-Mails ausgetauscht, aber die Nutzerin, der Nutzer, die das gesehen hat mit der CC-Lizenz und das genutzt hat, hat mit mir automatisch einen Nutzungsvertrag abgeschlossen und wunderbar. Das heißt aber auch, nur dann, wenn überhaupt eine Erlaubnis gebraucht wird, entsteht so ein Nutzungsvertrag. Wenn ich also zum Beispiel aufgrund von Zitatrecht ohnehin nutzen darf, dann brauche ich keinen CC-Lizenz, dann entsteht auch keinen CC-Lizenzvertrag. Und jetzt habe ich noch fünf Minuten, sehr gut. Ja. Was ist, wenn ich es mir anders überlege? Also ich habe etwas ins Netz gestellt, ich habe da einen CC-Lizenzhinweis dran gemacht und sage jetzt nach einer Weile, ach nee, ich will das doch lieber einem Musiklabel verkaufen und die wollen von mir exklusive Rechte haben. Ich nehme es jetzt aus dem Netz. Das geht nicht, oder? Das ist ein bisschen schwierig, denn die Lizenzen sind unwiderruflich ausgestaltet, also da steht unwiderruflich drin. Und das bedeutet, jeder, der das schon genutzt hat und der mit mir diesen automatischen Vertragsschluss gehabt hat, der darf das weiter nutzen. Das heißt, ich kann an meinem Inhalt, sobald es irgendwer genutzt hat, und das sehe ich ja manchmal nicht, das heißt, ich weiß gar nicht so richtig genau, mit wem ich alles Verträge habe. Soweit es jemand genutzt hat, kann ich keine Exklusivrechte daran mehr irgendeinem Verlag oder einem Musiklabel geben. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Open-Content-Freigaben sind so ein bisschen so eine Einbahnstraße an der Stelle. Das soll man einfach wissen. Ich kann natürlich meinen eigenen, also ich kann das von meiner eigenen Website nehmen, ich kann auch die Befänzhinweise entfernen, das geht alles. Aber wie gesagt, wenn jetzt jemand anders schon geholt hat und gibt es weiter, das darf er auch oder Sie. Das heißt, nur weil ich es aus dem Netz nehme, auch mal... Boi! Okay, das war mein erstes Mal, dass ich den Tod überlebt habe. Ähm, ja, der Eimer war doch, Alter. Was ist denn los? Äh, der... Okay, ich brauche erstmal eine E-Test wieder. Und dann... Ich habe das Gefühl, dass ich die noch öfters brauchen werde. Und ich werde jetzt einfach mal... Einen davon... Hier reinpacken. Mending! Uh, not bad. Ähm... Und dann kann ich den da immer schnell wieder rausholen. Im Falle des Falles. Einer Website, äh, andere, die das schon benutzt haben, dürfen es dann auch ihren Websites weiter nutzen. Genau, ähm, die Wikipedia macht das genauso. Wikipedia ist auch so freigegeben, wenn man runterscrollt, äh, ist da unten dieser Lizenzhinweis. Oh, ich habe eine Leitjournal. Ich kann euch nochmal angucken, wie der genau aussieht. Die meisten Leute lesen ja gar nicht bis unten, bis ganz unten, weil das braucht man sichererweise nicht. Aber der Lizenzhinweis ist ganz zentral, immer für Open Content. Auch bei CC genauso wie bei anderen Lizenzvarianten, weil, ähm, vom Urheber aus gesehen, wird dadurch das Vertragsangebot erzeugt. Und die Nutzerinnen und Nutzer, äh, können daran erkennen, was sie denn dürfen und was nicht. Also der Lizenzhinweis, mit der verloren geht, kaputt geht, wie man immer den verändert. Es ist gerade bei Social Media Sharing ein Problem, weil Facebook, äh, diese Lizenzhinweise nicht übernimmt. Wenn man was postet zum Beispiel, ähm, das ist schlecht. Also der Lizenzhinweis ist ganz wichtig. Und weil man da eben, äh, kleine Dinge falsch machen kann, die dann dazu führen, dass die Lizenz nicht entsteht und die Erlaubnis nicht entsteht. Deswegen ergibt es jetzt ein Hilfsmittel von Wikimedia Läufland, den Lizenzhinweisgenerator. Wenn ich also ein CC-Bild von Wikimedia Commons nutzen will und möchte nichts falsch machen, dann gehe ich am besten auf Lizenzhinweisgenerator.de. Dann komme ich auf so eine Website, da kann ich dort, äh, die URL reinposten, äh, reinpasten von dem Bild. Und dann gibt mir das, ähm, gibt mir der Generator direkt den Lizenzhinweis aus, so wie er sein muss. Und das ist sehr, sehr praktisch. Gibt es noch andere Tools? Ja, das mache ich jetzt noch schnell fertig, weiß ich, bin wahrscheinlich gleich durch. Äh, also von alle Rechte vorbehalten, kommt man über CC-Lizenzen und ähnliche auf manche Rechte vorbehalten. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, alle Rechte, sich alle Rechte zu entledigen, auf keine Rechte mehr vorbehalten. Ähm, und das macht man zum Beispiel mit, ähm, öffentlichen Erklärungen wie CC-Zero. Hier ist, äh, das ist also ein separates Tool, das ist keine Lizenz in dem Sinne, sondern das ist eine Freigabeerklärung, die sagt, ey Leute, ich verzichte auf meine ganzen Rechte, ähm, macht damit, was ihr wollt, aber behelligt mich damit nicht, ihr müsst dann meinen Namen nicht mehr nennen. Äh, da wo das passt, ähm, ist das als Tool geeignet. Das ist natürlich, äh, also Open Content kann ich auch mit den anderen Lizenzen, äh, schaffen, mit den beiden, die ich genannt habe. Aber ich kann auch total bis zum Maximum in die Öffnung gehen über sowas. Ähm, genau. Und dann gibt es noch ein Tool, was Public Domain, also was gemeinfreie Werke besser findbar machen soll, das ist die Public Domain Mark. Äh, es wird auch für das eine oder andere interessant, wenn ihr ein Projekt mit, ähm, gemeinfreien Inhalten machen wollt. Hier ist nochmal der Unterschied erklärt, die Lizenzen, diese 6 oder CC0, die verändern tatsächliche Rechtslage. Die Public Domain Mark weist dann auch auf eine bestimmte Rechtslage hin, ist also der grundlegende Unterschied. Genau, ähm, ah ne, wie ist das denn noch drin? Okay, ne, das hatten wir vorhin schon. Dann bin ich, glaube ich, gerade noch an der Zeit, oder? Ja, dann vielen Dank, denn jetzt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr fragen. Ja, genau. Ähm, mich ja. Ähm, also erstmal, herzlichen Dank, gab ich einen Applaus für den, ähm, Vortrag. Und gibt's jetzt Fragen? Dann. Okay, so. Hallo, Sascha ist mein Name. Ich wollte fragen, ähm, mit der CC0 Lizenz, äh, gibt's die überhaupt so in der Form in Deutschland? Kann man die, wenn man jetzt Wikipedia nachbauen würde, nochmal neu starten und dann CC0 überhaupt rechtlich legal? Ja, also CC0 hat in Deutschland das Problem, ähm, dass ich als Urheber, also wir haben in Deutschland so ein sehr europäisches Urheberrechtsverständnis, das führt dazu, dass ich meine Urheberrechte nicht komplett loswerden kann. Also selbst wenn ich das möchte, äh, es ist mir vom Gesetzgeber, also im Urheberrechtsgesetz steht, dass es sozusagen nicht veräußerbar ist. Deswegen kann ich CC0 nur indirekt verwenden. CC0 ist also eine Aufgabeerklärung, ich gebe meine Rechte auf. Das geht nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz so eigentlich nicht komplett. Darum hat CC0 eine sogenannte Fallback-Lizenz eingebaut, die letztlich sowas ist wie eine CC-Lizenz, nur ohne jegliche Bedingungen. Das erzeugt dasselbe, nur eben auf einem anderen Weg, weil ich diese Aufgabeerklärung rechtlich nicht machen kann in Deutschland, mache ich es dann halt über eine bedingungslose Lizenz. Es hat aber einen sehr, sehr ähnlichen Effekt. Darum kann man schon sagen, dass man CC0 in Deutschland benutzen kann, nur eben nicht so zu 100 Prozent, sondern mehr so zu 98 Prozent. Hallo, danke für den Vortrag. Meine Frage ist, wenn ich, also du sagst gerade, man kann in Deutschland nicht alle Rechte abgeben, das heißt, es kann mir in Deutschland nicht passieren, dass ich irgendwas veröffentliche, wenn auch ohne Lizenz, dass jemand anderes das nimmt und dann selbst eine Lizenz dafür holt. Genau. Auch wenn ich das unter Public Domain und CC0 mache, oder wie? Cool, danke. Genau, Lizenzen kann immer nur der vergeben, der die Rechte auch hat, oder die? Ja, aber wenn ich die abgebe? Bei CC-Lizenzen muss man wirklich fast alle Rechte haben, sonst kann man keine CC-Lizenz vergeben, das heißt, jemand, der dein Werk nimmt und da eine CC-Lizenz dran macht, der macht einen, das hat keine Wirkung, zumindest rechtlich nicht. Genau. Hallo, ich wollte noch mal fragen, zu dem Punkt mit der öffentlichen und nicht-öffentlichen Versammlung, wie ist das denn definiert, mit dem jemanden kennen oder nicht kennen, also wie genau muss dieser Kontakt sein? Ja, es ist in der Rechtsprechung auch irgendwie wischiwaschi, das heißt persönlich bekannt, also erstmal, wenn Leute verwandt sind, auf jeden Fall, wenn man befreundet ist, im Sinne von Freunde, nicht Facebook-Freunde, sondern richtige Freunde, auch das gilt. Und schwierig wird es bei so Sachen wie ein Seminar an der Uni, wo natürlich der Professor, die Professorin alle irgendwie kennt, das wurde aber anerkannt als ausreichende Verbindung, also man kennt die Person mit Namen, man weiß, wer das ungefähr ist, das wird dann als ausreichend anerkannt. An der Uni hat man eher das Problem, dass auch Leute in die Vorlesungen reinlaufen dürfen, weil die öffentlich zugänglich sind, wo man dann nicht mehr ganz sicher sein kann, dass sich auch alle wirklich kennen. Aber bei Seminaren, wenn da sonst keiner sitzt, dann ist das nicht öffentlich noch. Also es ist so ein bisschen, es gibt wieder wie so oft keine klare Grenze, sondern so eine leicht verschwommene Grenze. Danke für den Vortrag. Jetzt finde ich irgendwo zum Beispiel auf einer Commons-Seite von der Wikimedia ein Foto, das ich gern auf Facebook posten würde. Das steht unter einer Creative Commons, Namensnennung und Sharealike. Jetzt hat aber Facebook natürlich seine eigenen Lizenzbestimmungen für Material, das dort veröffentlicht wird. Stehen die dem Sharealike jetzt entgegen? Dürfte ich das verwenden? Also Facebook hat ja AGB, also solche Nutzungsbedingungen, wo drin steht, sie garantieren uns, dass sie alle Rechte haben, dass wir hier uns bei ihnen schadlos halten dürfen und so weiter. Das gilt zwischen dir und Facebook. Das heißt, es kann sein, dass Facebook dann irgendwann, wenn Facebook verklagt wird, weil da ein Bild online steht bei denen, was da nicht stehen darf, dass sie dann bei dir Regress nehmen. Dafür haben die diese Bedingungen. Außerhalb dieser Beziehung von dir und Facebook, also von Facebook-Account-Nutzer und Facebook-Unternehmen, hat das keine große Wirkung. Wenn du jetzt ein Bild von Wikimedia Commons nimmst und es da sharest, hast du das Problem, dass der Lizenzhinweis im Zweifel vom Facebook-System entfernt wird. Oder je nachdem, wie du es postest, verschwindet der halt. Und dann ist die Frage, hast du das dort, also du hast veranlasst, dass es auf dem Facebook-Server gespeichert wird. Und dann kann es sein, dass du dann später von dem Urheber belangt wirst, weil er sagt, hallo, ich habe das aber unter CC-Lizenz freigegeben, da fehlt ja der Hinweis. Und dadurch entsteht das Problem. Nicht so sehr bei dem Kleingedruckten zwischen dir und Facebook, das dient nur denen als Rückversicherung, sondern eben durch diese technische Systemprobleme. Weil diese Social-Media-Systeme sind nicht darauf ausgelegt, CC-Hinweise mitzuschleppen. Und deswegen gibt es eine Empfehlung, man sollte, wenn man Bilder von Wikimedia Commons zum Beispiel nimmt, dann kann man den CC-Hinweis als Ergänzung unter das Bild hängen, als in die Grafik. Dann ist man auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Aber das sind so Krücken. Es wäre viel besser, wenn Facebook das mitziehen würde. Es ist jetzt leider die letzte Frage, weil wir haben gleich danach noch einen Talk. Aber ich denke, du bist dann auch gleich noch verfügbar, wenn es noch Fragen gibt. Na gut, gibt es dann noch für jetzt gleich eine Frage? Da haben wir noch eine? Oder da? Direkt daran anschließend, du hast gesagt, man kann diese Creative Commons Lizenzangabe in die Grafik einbauen. Wenn die Grafik jetzt No Derivatives ist, darf ich die ja eigentlich nicht verändern. Was mache ich denn dann? Ja, wenn es wirklich ergänzt, also wenn der Rest von der Grafik unverändert bleibt, dann ist es wahrscheinlich kein Verstoß gegen No Derivatives. Also gegen keine Bearbeitung, das ist der englische Name für diese Bedingung. Also nur weil unten was drunter klemmt, kann niemand wirklich sagen, mein Bild ist in seiner Erscheinungsform verändert. Das wäre sehr weit hergeholt. Deswegen ist das recht sicher. Nur es ist sehr umständlich. Also ich meine, das macht fast niemand. Insofern, ja. Okay, dann nochmal einen herzlichen Applaus für den Vortrag. Ihr wisst Bescheid. Video ist vorbei. Also Vortrag ist vorbei. Spannender Vortrag über Lizenzen. Ich habe teilweise echt ein bisschen wenig mitbekommen, weil es war eine sehr aufregende Ingame-Folge hier. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode dieser Dauerwerbesendung für Laserguckenland wieder. Schaut doch mal auf dem Server hier vorbei. Aber IP-Adresse und Domain finden sich natürlich wie immer in der Beschreibung, genauso wie ein Link zu dem Video, was wir angeschaut haben. Ja, haut rein. Ja, haut rein. Ja, haut rein. Vielen Dank.